Mein Einstieg in die KI war damals 1982, 1984. Das Interesse war geweckt worden, allein durch die Neuartigkeit der Technologie. An der Künstliche Intelligenzforschung reizt mich am meisten, dass man nicht nur darstellt das Wissen oder das maschinelle Lernen, sondern auch darstellt das Wissen über das Wissen, was ich verarbeite. Was mache ich damit und warum mache ich damit was? Ich werde das Wissen, was ich ver��beite.